es geht es ist wieder soweit es ist morgen soweit wir haben noch 20 stunden und 46 minuten zu dem zeitpunkt wo ich aufnehme und die ersten 2k streamer die stream schon die dürfen dran ich muss noch warten wir müssen noch warten aber das ist gar nicht schlimm wir haben den trailer von season one am start und wir gucken uns den jetzt mal an ich weiß schon ein paar sachen aber ich will nicht spoilern wir gucken uns mal gemeinsam das video an viel spaß new season six weeks die grau das ist schon geile grafik also was sie da gemacht haben mit dem bild und der animation das ist schon sick gewesen bei jason tatum also das haben wenn der das mit cap cut geschnitten hat dann will ich das auf jeden fall wissen okay wir haben wieder das gleiche system wir haben die season pass holofame pass und so weiter new modes ok lernen wir jetzt noch was über die rewards ja da sind wir kommen gib mir was ich will eine liste haben ich sehe mike miller johann howard 90er ok tony parker 93 all right all right und level 40 team mit dem pro pass dann natürlich noch eine bessere version von team wahrscheinlich kannst du dem dann alle plaketten geben oder was auch immer das ist jetzt park und my player zumindest kurz angedeutet das ist das schon gewesen ja so hier mal ganz kurz stoppt johann howard tony parker er ist in dieser jaylen brown level 10 jaylen brown smaragd und ruby das ist nicht so gut oder my career belohnung finde ich wie immer absolut trash ich weiß nicht diese kosmetik sachen die jucken mich gar nicht wie sie exp wir kriegen den 89er tätung für ein pass was ist das andere 90 plus es ist ein 90 plus overall pack wenn ich das richtig sehe ja also tony parker könnte geil sein ist halten und gar nicht danken kann der release muss geil sein johann howard könnten geiler small forward power forward sein ich schätze mal small forward wird vielleicht ein bisschen langsam sein die merken wird geil glaube ich ich glaube team eck wird geil ich bin gespannt auf den wurf der wurf wird schon entscheiden der team eck letztes jahr der hat mir nicht so gut gefallen den haben viele gefeiert ich habe ich habe den wurf nicht gefeiert von team eck deswegen ich hoffe dass da auch noch mal eine andere animation reinkommt schreibt mir mal in die kommentare was ihr von den rewards haltet was haltet ihr von den my career rewards also die ich finde die schon seit also seit die das so machen finde ich das trash tony parker überrascht mich also ich glaube tony parkern diamond tony parker wird er besser sein als der amethyst derik rose den man bekommt für den pro pass von vor zwei seasons da bin ich mal gespannt es wird schon wird schon eine richtung geben geht das game mehr in richtung slashing oder geht das game in richtung shot creation und so weiter und so fort aber dafür muss tony parker wie gesagt erstmal diese wurf animation haben der team eck wird wahrscheinlich shooting guard small forward sein dass ich gehe jetzt überhaupt nicht davon aus dass der point guard ist dafür ist er zu dem zeitpunkt viel zu groß das wird crazy alter morgen 14 uhr ist soweit wer ist dabei schreibt sie in die kommentare für den algo damit die videos hier gepusht werden ich habe gesehen die letzten tage sind auch kleinere 2k content creator am start die machen kein my team aber die sind trotzdem da schaut euch mal auf youtube um lasst den liebe da wegen mir ganz ehrlich heute könnt ihr eigenwerbung machen 2k content creator aus deutschland schreibt unter dieses video damit ihr gesehen werdet und in diesem sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen abend und morgen einen wunderschönen 2k day wir sehen uns dann mit super vielen videos unten im stream am abend bis dahin bei bei